Hallo meine Lieben, heute auch wieder ein Nähprojekt und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr selber ein ganz cooles Lesekissen machen könnt oder nähen könnt und das dann auch noch mit Vinylfolie aufhübschen könnt. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe für dieses Projekt ein paar Stücke Stoff und Flieseline und eine Schabrackeneinlage und das habe ich alles geschnitten mit dem Rollschneider und dem Schneide Linear. Ich gebe euch als erstes kurz die Maße. Hier habe ich ein Stück Stoff, was 37 Zentimeter in der Länge und 10 Zentimeter in der Höhe ist. Dazu dann die Schabrackeneinlage, die habe ich geschnitten auf 35 Zentimeter, nämlich dass sie am Ende 1 Zentimeter Nahzugabe ist und in der Höhe sind es 4 Zentimeter. Dann habe ich hier solche Ecke und zwar sind das die Seitenteile, weil das wird so quasi eine Rampe haben, das heißt hier ist es kürzer und hier ist es länger. Und da habe ich einen Stoff, der ist 32 Zentimeter in der Länge. Hier ist es 7 Zentimeter und hier ist er 24 Zentimeter und das habe ich dann einfach verbunden und diese Strecke noch geschnitten. Und da legt ihr am besten den Stoff entweder rechts auf rechts oder links auf links, weil ihr müsst ja die gegenversetzt oder gespiegelt haben quasi. Also zwei Stück davon je auf eine Seite. Und die Flieseline ist hier schon drauf. Da habe ich 30 Zentimeter, hier sind es 5 Zentimeter, hier sind es 22 Zentimeter, auch hier natürlich dann gespiegelt. Und vielleicht ein Tipp hier auch gleich, ich mache das jeweils so, dass ich zuerst quasi die Flieseline schneide und da einfach gucke, dass ich zwischen den Stücken, die ich dann aufbügle, das heißt, ich nehme dann die Flieseline, lege sie auf den Stoff in die Ecken, so möglichst platzsparend, aber trotzdem, dass der Fadenverlauf schön parallel ist und bügle es auf und erst dann schneide ich den Stoff. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich zwischen den Stücken mindestens zwei Zentimeter Platz habe auf allen Seiten, weil dann geht es eigentlich einfacher, weil dieser Stoff, wenn der nicht mit Flieseline hinterlegt ist, dann verzieht der sich schon und das ist ein bisschen schwierig zum schneiden. Deshalb mache ich es so, dass ich zuerst die Flieseline aufbügle, weil dann kann ich wunderbar den Schneider lineal nehmen, hier die Flieseline bei einem Zentimeter anlegen und dann ganz einfach den Stoff ringsherum schneiden. Geht eigentlich einfacher, da müsst ihr auch nicht zweimal messen, sondern könnt das nur für die Flieseline machen und den Stoff dann so entsprechend zuschneiden. Dann hier habe ich das vordere Stück, das sind 37 cm, 7 cm in der Höhe und die Flieseline deshalb 35 cm und 5 cm in der Höhe. Dann der hintere Bereich, das sind vom Stoff her 37 cm und in der Höhe sind es 24 cm, die Flieseline 35 cm und 22 cm. Dann für das obere Teil, da habe ich 37 cm x 32 cm und hier ratet, überall 1 cm kleiner ringsherum, somit 35 cm und 30 cm. Da das quasi in einer Rampe ist, wird der untere Teil länger und so habe ich hier 37 cm und in der Höhe 36,5 cm, die Flieseline 35 cm und in der Höhe 34,5 cm. Das ist das, was ihr an Stoffen braucht. Dann braucht ihr was zum Füllen, ich habe hier Softflox und dann werde ich auch noch was drauf machen, aber das gucken wir uns dann später an. Diese Version ist für das iPad, aber wir werden oben so einen, quasi eine Halterung machen, wo man das dann reinstecken kann, das iPad. Aber ihr könnt das auch für Bücher machen, dann würdet ihr einfach zwei Stücke Elastik der Länge nach dann mit einnähen. Und ich sage euch nachher dann, wo das dann passieren muss. Jetzt fangen wir zuerst mal mit dem Bogen oben an, wo dann das Ganze reinkommt. Hier lege ich das einfach rechts auf rechts aufeinander und so stecke ich das kurz fest. Dieses Stück nähe ich einmal auf der offenen Seite hier mit einem Zentimeter Nahtzugabe ab. Das heißt, oben anfangen, verriegeln, ganz einfach runternähen und unten wieder verriegeln. Das ist dieses Stück hier. Und dann kommen die ganzen Dinge, die ringsherum sind. Das heißt, hier dieses Teil, dann die beiden Rampen, und das Teil, was hinten kommt. Und die steckt ihr jetzt auch alle rechts auf rechts aufeinander. Und zwar hier jeweils auf der kurzen Seite. Das heißt, zuerst das kurze Teil, dann kommt hier auch wieder eines der eckigen und dann kommt hinten noch das lange Teil dran. Da wir hier überall eine Flieseline haben, die einen Zentimeter Nahtzugabe hat, könnt ihr eigentlich direkt an der Flieseline nähen. Das heißt, in allen Teilen oder Ecken hier verriegeln, runternähen, verriegeln, dann zur nächsten, oben anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln, nächste Seite, oben anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln, und dann noch der letzte Teil hier auch, verriegeln, runternähen, verriegeln, so dass die alle schon mal zusammenhängen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das Stück hier jetzt wunderbar zusammenhängen. Da könnt ihr kurz die Nahtzugaben so ein bisschen auseinander drücken, damit die schön liegen. Könnt es natürlich auch bügeln. Bei meinem Stoff hier, der hält wunderbar, wenn ich das einfach nur streiche. Und was ich jetzt dann auch noch kurz mache, ich lege diese Nahtzugabe auf eine Seite rüber und nähe das einmal knapp, hier mit einem halben Zentimeter Abstand von der Naht, nähe das einmal runter, so kann ich das noch ein bisschen besser versiegeln, damit dann nachher die Stopfwatte quasi irgendwo, dass ich dann nicht Gefahr laufe, dass die irgendwo rausquillt. Das mache ich dann auch noch auf allen Teilen. Das heißt, hier auf der langen Seite klappe ich die auf die Seite und auf der kurzen Seite beide in die Richtung. Das ist eines. Und den hier könnt ihr einmal so ausrichten, dass die Naht quasi in der Mitte liegt, die auch runterdrücken kann. Und dann könnt ihr das Ganze wenden. Es gibt so hübsche Wendetools, habe ich nicht, muss ich mir mal beschaffen. Ich mache das jeweils einfach mit einer Stecknadel. Und hier kommt jetzt die Schabrackeneinlage rein. Eigentlich ein bisschen knapp. Das heißt, ich muss die kurz noch ein bisschen zurückschneiden. So geht's. Das heißt, die schübe ich jetzt hier rein. Dann sollte sie eigentlich auf beiden Seiten einen Zentimeter Abstand zum Rand haben. Die bügle ich kurz nochmal, damit die wieder ein bisschen schöner aussieht, weil auch die nähe ich noch ab. Und zwar auf beiden Seiten schön mit einem halben Zentimeter Abstand einfach abnähen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die geht auch, wenn ihr die da reinschiebt. Die ist einfach ein bisschen teurer. Jetzt nehmen wir noch das Kürzer der beiden verbleibenden Stücke. Das ist das, was 37 cm x 32 cm ist. Jetzt ist es so, dass wir hier oben 1 cm Nahtzugabe haben und wir können es auch einfach so hinlegen. Ich will schlussendlich, dass das hier schön in der Mitte liegt. Und da müsste der Streifen natürlich hier hinten zu liegen kommen, weil meine Idee ist, dass ich das hier rein klemme. Und dann das Ganze so oben festhängt. Deshalb gucke ich hier kurz, wo das zu liegen kommen muss. Das sind bei mir 6 cm vom oberen Rand. Das heißt, ich lege meinen Lineal hier bei 6 cm oben an. Und dann kann ich die hier so hinlegen und so festmachen. Und dann nähe ich das hier außerhalb der Nahtzugabe. Das ist mir ein bisschen knapp, aber sollte gehen. Einfach hier am Rand. Nähe das einmal vorn zurück, dass es mal da ist, wo es nachher sein soll. Und was ich dann auch mache, ich gehe hier noch 3 cm rein und nähe hier nochmal mit einem Zickzackstich, mit einem engen, das auch nochmal einmal runter, damit ich hier das auf beiden Seiten auch nochmal ein bisschen stabilisiert habe. Das heißt, wir nähen außen und dann innen je 3 cm vom Rand entfernen, noch mit einem Zickzackstich runter. Ganz vergessen zu sagen, das wäre jetzt für diejenigen, die das für ein Buch machen, der Zeitpunkt gewesen, wo ihr anstatt diesem Streifen hier ganz einfach von oben, nach unten, nach unten, in der Länge ein breiteres Gummiband nehmt und das hier oben festmacht und dann gerade runter und hier unten festmacht. Natürlich auch gucken, dass ihr so einen gleichmäßigen Abstand vom Rand habt. So, aber so habe ich jetzt hier meinen Bogen, der wunderbar hier auch festhält. So, jetzt geht's ans Zusammensetzen. Jetzt habt ihr, der Stoff ist ja so, dass der hier rauf geht. Die Seite, die quasi, wo es am längsten ist, hier unten, das ist die Unterseite. Das heißt, dieses Element kommt hier an der Seite, wo alles gleichmäßig ist, kommt es drauf. Und zwar so, ne, schlussendlich wird das so sein. Ich hoffe, ihr seht das. Das wird so sein, ne, hier das kurze, hier das lange. Und wenn wir es rechts auf rechts drehen, sorry. So, rechts auf rechts, weil wir stecken das Ganze, ja, natürlich rechts auf rechts aufeinander. Das heißt, hier, ne, der lange Teil und hier ist der Bogen dran, ne. So stecke ich das hier oben erstmal fest. Wenn ihr sicher sein wollt, dass das wirklich schön mittig ist, könnt ihr das auch markieren. Dann, ich kann mal, meinem Stoff, weil der da so stabil ist, kann ich da einfach kurz den nur falten und mit dem Nagel fest streichen. Dann weiß ich, hier müsste das Teil aufeinander treffen. Und so mache ich das fest. Dann dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. Auch da mache ich mir kurz eine Markierung. Und mache das auch hier rechts auf rechts aufeinander. Wir machen es uns hier ein bisschen einfacher. Ich nähe hier von da, wo ich die Naht vollnaht hatte. Da fange ich an, nähe alles runter, auch entlang der Flieseline, und nähe hier auch wieder bis da, wo die Naht aufhört. Und das mache ich auf diesen beiden Seiten. Dann geht es dann nachher auch ein bisschen einfacher mit den beiden restlichen Seiten. Das heißt, ich nähe das zuerst und dann mache ich diese Seiten noch beide auch fest und nähe das dann noch ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. What's it like to be the one that he turns to when he subtle answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I, I wonder what's that like? Untertitelung des ZDF, 2020 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 das hätte ich jetzt nicht gedacht aber da ist jetzt tatsächlich der komplette 500 gramm sack drin aber es hat dadurch dann hat auch eine schöne stabilität so jetzt haben wir noch unsere wende öffnung ich stecke ich jetzt kurz zu einfach so dass schön die nahtzugabe aufeinander liegt perspektive ich brauche zuerst den faden dann nehme ich einen faden der lange genug ist und am ende mache ich hier einfach einen knoten rein und jetzt gehe ich hier rein und gehe zwischen die nahtzugabe und eine seite ein bisschen hinter der stelle wo ich aufgehört habe zu nähen und sie den einfach mal raus dass der mal da sitzt einfach schön auf der kante drauf und jetzt stecke ich das ganze kurz fest es geht euch einfach ein bisschen einfacher wenn ihr das so macht als wenn ihr versucht irgendwie zu nähen und gleichzeitig das festzuhalten hier noch so einen blüten fallen und jetzt die leiternaht was ihr macht ist wir sind hier raus gekommen gehen hier rüber auf derselben höhe und gehen ein kleines stückchen ohne zittern gerne ein kleines stückchen weiter nach vorne auf der kante und kommen wieder hoch dann gehen wir auf derselben höhe wieder auf die andere seite gehen da rein und ein kleines stückchen nach vorne auf der kante und je kleiner ihr die abstände macht desto weniger welt sich das ganze so geht jetzt eigentlich bis vorne also immer auf derselben höhe auf die andere seite ein bisschen nach vorne dann wieder auf die andere seite wieder ein bisschen nach vorne und das eben bis hier am anderen ende angelangt zeit und wenn ihr das dann genäht habt könnt ihr den faden noch so ein bisschen zurecht schieben und ich nähe da immer so zwei drei stiche weiter als dass ich eigentlich also hier war die wende öffnung eigentlich fertig da habe ich ein paar stiche mehr gemacht und jetzt gehe ich noch mal so als ob ich weiter nähen wollte und jetzt bevor ich durchziehe gehe ich durch den faden durch und zieht es fest dann gibt es hier einen kleinen knoten das mache ich so an derselben stelle zwei dreimal und jetzt ziehe ich das also ich gehe fast beim knoten in den stoff rein gehe ein gutes stück weiter nach vorne kommen dann da wieder raus dann könnt ihr dran ziehen bis ihr so ein poppen hört das heißt der knoten dann quasi in der trainer verschwindet ihr den auch nicht mehr seht und dann könnt ihr das schön abschneiden hier und dann ist das ganze auch schon zu ich nehme euch jetzt kurz auf eine andere perspektive weil so seht ihr bei der größe gar nichts ne ich denke so seht ihr es besser ne hier cool mit dem spruch vorne drauf one minute you're young and fun then you're turning down the stereo to see better bisschen sarkasmus darf seine hier oben eben den bogen wo man es ipad rein machen kann auf der seite die dreiecke von hinten sieht es dann so aus und ihr seht auch ihr habt eine schöne auflagefläche das heißt wenn ihr so farbeine hoch das auf eure beine legt dann dann können wir das ipad nehmen und das hier einschieben das hält auch wunderbar hat eine schöne neigung auch wenn ihr euch das anguckt ich habe es wirklich so berechnet wie wenn man das jeweils aufklappt wie das auf der niedrigen stufe die neigung hätte aber so habt ihr wunderbar ein kissen und wenn ihr das für das buch gemacht hätte dann hättet ihr hier zwei gummizüge wo ihr dann das buch ein machen könntet ohne den hier und dann ja ihr könnt euch auch überlegen wenn ihr das buch in diesem bereich haben wollt dass das nicht weiter runterrutscht könnt ihr das gummiband klar hier in dieser naht ein nähen und oben ein nähen aber dann gleich wie ich das hier gemacht habe auf der seite einfach ein paar zentimeter hoch gehen und da drüber nähen und dann steht quasi das buch dann hier drauf also ich hoffe ihr versteht wie ich es meine aber das war auch schon das was ich euch heute zeigen wollte nämlich wie ihr so ein kissen das wirklich auch gute stabilität hat trotzdem nicht zu hart ist damit es auch bequem ist wenn ihr das auf euren beinen habt und ja da wunderbar das ipad reinmachen könnt eben ihr könnt auch für ein buch machen aber das war die geschenkidee die ich euch heute zeigen wollte ich hoffe ihr habt lust so was selber auch zu machen und natürlich auch dass euch das video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten videos wieder sehe bis bald